Hallo ihr Lieben! Wie einige von euch wissen, habe ich vor einigen Wochen Elster GPT gestartet. Elster GPT ist ein Custom GPT, den ihr kostenlos bei ChatGPT finden könnt. Dieser Chatbot hilft euch dabei, Elster Online besser zu verstehen und erklärt euch die jeweiligen Felder. Das Feedback bisher ist sehr positiv und ich freue mich sehr darüber, dass wir bereits über 600 Nutzer haben und eine bisherige Bewertung von 4,5 Sternen erreicht haben. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen und Meinungen zu dem Chatbot in die Kommentare. Und ab heute kann Elster GPT noch mehr. Ich habe viel Feedback von euch bekommen und deswegen kann Elster GPT seit heute erstens dir auch bei deiner Einkommensteuererklärung weiterhelfen. Ganz egal, welche Anlagen du zu deiner Steuererklärung abgeben musst, Elster GPT kann dir weiterhelfen. Zweitens kann dir Elster GPT nun auch ein paar inhaltliche Fragen beantworten. Der Chatbot beinhaltet nun meinen Gründungsratgeber, der perfekte Start. Das Buch gibt es seit Anfang Juli 2024 übrigens in einer zweiten aktualisierten Auflage. Drittens habe ich die allgemeine Antwortqualität verbessert. Elster GPT antwortet nun konstanter in guter Qualität und leistet sich weniger Aussetzer. Probiere es doch direkt einmal aus und lass mich wissen, wie es bei dir funktioniert. Wie das funktioniert. Der Punkt ist nicht mehr als sicher. Untertitelung des ZDF, 2020